So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Sky Factory 2. So wir bauen jetzt hier, haben wir in der letzten Folge einiges an Bäumen gut machen können. Jetzt will ich mir schnell den Erdblock auf die Seite schaffen und mir erstmal wieder ein paar Gratterkraften. Geht schneller. Ist mir einfacher. So. 1, 2, 5, 4, 5. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt hier noch ein Feld lang. So. Einen noch. Dann können wir hier erstmal vorne eine schöne, ähm, erstmal einen Erdblock. Dann machen wir am Zaun weiter. So. Nehme ich mir jetzt erst mal das Holz. So. Da war gerade ein kleiner Pakt. 16 mal G, 15. Ich weiß gerade nicht warum, aber es hängt gerade ein bisschen. Wundert mich gerade etwas. 62, 64, wie es passt. So. So. I'm going to copy now. mal. So, 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 so. 22 Stück. Ich denke, ich muss das sein. Das wollte ich zwar eigentlich jetzt gerade nicht machen, aber egal, da ist kein Setsling da. Räume schnell ein. Das kann man hier auch mal wieder voll machen. Das rein, das rein. Da hinten steht da ein Typ. Das ist ein eindeutig ein Typ. Mr. Craner. What the hell, du Arsch. Was hauscht du mich? Ich habe nicht viel. Bin ich jetzt ein bisschen low. Dafür, dass, naja, so viel Viecher da waren. So. Da kommt schon der nächste Baum. Die können wir jetzt aber, glaube ich, noch gerade erst lassen. Ich muss jetzt erstmal gucken. Use a hammer to turn cover into gravel, to sun, into dust. Also brauche ich hammer. Falsche Taste. Hammer. Hammer und das Zimmermanns. Drei Eisenbahnen. Einmal rum und drei Eisenbahnen. Okay. Das ist da rein. Look des Zimmermanns. So. Ich hoffe, das ist jetzt auch der richtige. Das, das, das. 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 Da noch das Zimmermanns. So. So. Cool. Gefällt mir jetzt gerade. So. Wie war es jetzt nochmal? Use a hammer to turn cover into gravel. Ah. Okay. Also brauche ich meinen Kabelstone. Schätze ich mal. Ich muss den jetzt da rein. Okay, probieren wir mal. Null Was haben wir? Speicherstrukturell Wetter haben wir Schleim haben Welchen Namen brauche ich denn da? Scheint so als hätte ich den falschen Namen Bisschen Dorf Da muss ich mal nachgucken welchen Hammer man da benutzen muss Wäre auch zu schade gewesen aber den Hammer des Zimmermanns Den brauchen wir bestimmt mal Bin ich mir ganz sicher So Erstmal Kluck holen Stein So Also mir macht das Spiel momentan Mal richtig Spaß Man hat es nicht so einfach Wie es aussieht Also es ist schon ein Stück weit schwer Aber darin liegt ja die Witze Aber darin liegt ja die Witze So Ich kann mich darüber gerade echt nicht beklagen Ist ein Top Game Ich kann mich nur bedanken bei denen Wo es entwickelt haben Beziehungsweise die Mods zusammengestellt haben Aber ansonsten Aber ansonsten Nicht schlecht Verspricht So Gehen wir So 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 Also ich bin schon erstaunt darüber Was man hier alles so machen kann Vor allem man fängt ja echt mit nichts an außer So Ein Block Erde Und ein Baum Also das haut mich echt um Das ist echt top So 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 Einmal So So Wenn die halt leer sind Und es regnet Ist das ein bisschen scheiße So 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 dürfte eigentlich alles gut beleuchtet sein. Du bleibst schön, da drin ist, sag ich dir. So, mal überlegen, mal überlegen, mal überlegen, ähm, ich brauch jetzt, hm, hab ich so viel in den Holz, probieren wir noch ein paar mal, das ist scheiße, das ist scheiße, da muss ich hier weiter kommen. Das ist scheiße, das ist scheiße. So. 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 Ich würde sagen, dann bauen wir uns hier einfach mal hoch. So. 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 Dann kann ich hier hoch bauen. So. So. Dann ein kleines Dach. Dann ein kleines Dach. Dann ein kleines Dach. Dann ein kleines Dach. kann ich mit. Dann ein kleines Dach. Dann machen wir uns hier, wenn wir uns hier sind. So, dann bauen wir das hier ab, wir setzen E2, hier hin, so, So Leute, das war's jetzt erstmal für die Folge, also bis zum nächsten Mal, tschau tschüss.